Gestatten Yusufa Moukoko, 12 Jahre alt und Superknipser von Borussia Dortmund in der, Achtung, U17. Der Kameruner liefert am 11. Spieltag der B-Junioren-Bundesliga-Staffel West gegen den MSV Duisburg erneut eine Gala. Seinen ersten Treffer legt er sich sozusagen selbst auf, denn nach diesem Foul an ihm gibt es Elfmeter. Logisch, Moukoko schießt selbst und macht sein 22. Saisontor. Ein Zwölfjähriger dominiert deutlich ältere Gegenspieler, wie er will. Klar, dass da Zweifel am Alter aufkommen. Aber der BVB legte beglaubigte Papiere vor, Moukoko ist demnach tatsächlich so jung. Das hält ihn aber nicht davon ab, gleich nochmal zu netzen. Dortmund gewinnt 6 zu 0 und ist Tabellenführer vor dem FC Schalke. Das Bezirksamt Hamburg Nord halte der Welt am Sonntag mit, dass der Stürmer im November 2004 in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde geboren wurde. Und auch BVB-Pressesprecher Sascha Fligge bestätigte, dass dem Verein Geburtsurkunden aus Deutschland und Kamerun vorliegen. Es wird also noch einige Jahre dauern, bis Wunderkind Moukoko alt genug ist, um auch in der Bundesliga zaubern zu können. Bis dahin lohnt es sich aber in jedem Fall öfter mal bei der Jugend des BVB vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich ein echtes Juwel zu bestaunen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.